Hallo zusammen, hier ist Roman Lob. Bitte helfen auch Sie da draußen, den krebskranken Kindern in Sachsen und unterstützen Sie meinen Spenden-Songs Standing Still. Spenden geht ganz, ganz einfach. Einfach unter www.radiopsr.de slash Spenden-Songs und ja, lest euch mal rein. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele spenden und ich wünsche euch zusammen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neujahr. Tschüss!